Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Rocket League, heute das Turnier. Ja, wir sind immer noch in der Gruppenphase und zwar gegen unseren zweiten Gegner und zwar gegen Zocking. Hallo, herzlich willkommen Zocking. Ja, moin moin. Ja, wir haben die heute mal in der Party mit zusammen mit Manne und Mukaschnade 2. Der Name müsst ihr euch nennen. Die Namen sind wie Schall und Rauch. Aber der bleibt. Das ist das dritte Vorrundenspiel, das blende ich jetzt gerade ein. Ja, und ich suche jetzt mal gerade das passende Match. Privates Match erstellen, 2 gegen 2. Wo wollen wir spielen? Das überlasse ich uns. Ich wäre für Irben. Die läuft ein bisschen flüssiger. Aber ist mir egal. Also ihr könnt natürlich auch was anderes werden. Vielleicht war das ja auch eine Taktik von mir, weil wir da besser spielen. Ja. Gut, dann habe ich hier was ganz Schönes. Das verrate ich nicht. Das seht ihr jetzt gerade im Video. Und let's go. Lass uns das zweite Spiel beginnen. So, Moga, und jetzt mal knallhart ihr jetzt. Ja. Sollen wir ja auch knallhart sein? Nein, um Gottes Willen. Achso, okay. Ich glaube, ihr könnt eure Normalformen auspacken. Okay. Wer ist welches Team? Wir sind orange. Wir sind blau. Lasst euch nicht von unseren Leveln absteigen. Okay, ich fahr. Guck mal, da fängt der schon wieder an hier. Das ist all das Cheating hier. Alter, was? Ja, Mann, und du... Mann, was ist das? Mann, ey! Also, ich hatte gefragt, ob wir in den ersten 20 Sekunden nichts schießen sollen. Naja, komm, na. So ein Angeber, ne? Leute, dieses Video bitte desliken. Daumen nach unten. Ach, nee, nicht das gleiche, das ist ja unser Video. Oh, Mann, ey. Jo, Mann, jetzt aber hin, ne, Katze. Alter, Mann, was machst du da? Was macht er denn da? Ja, was machst du? Na, er schießt ein Tor. Also, zocken von dir, ich habe noch nichts gesehen hier. Nee, nee, ich habe doch gesagt, ich bin der Noob, er ist der Spieler. Das ist so übel. Wieso spielen wir da nicht ein 2 gegen 1? Das könnten wir eigentlich hier auch machen. Mit dem nehme ich es auf, hier. Oh, da rüber ist es. Alter, Mann, ehrlich? Ist doch nicht dein Ernst, oder? Spiel doch das Ding raus. Ach, ich soll jetzt rausspielen, wo du nicht triffst. Ist doch nicht dein Ernst. Alter, Mann, ne. Ja, und die warten schon da. Guck mal, Mann, ne. Ach, Alter, auf. Ganz vergessen. Also, Scheiße. Also, wir dürfen uns nicht so abfertigen lassen. Jungs, jetzt hört mal auf, ja? Wir wollen nicht so scheiße aussehen wie die anderen. Nicht? Nee. Guck mal, hast du gesehen? Der ging auch vor. Oh, ja, Alter, du musst doch fahren, Alter. Du schießt ja nur einen Weg. Mann, halt's Maul. Halt's Maul, Mann. So, jetzt du bist vor. Alter, was macht der denn? Kannst du mal aufhören? Genau, was machst du? Ja, guck mal hier. Guck mal, guck mal. Guck mal. Und guck. Zack. Ja, hast du gesehen, wie kommt man hier schlittert? Wie du dich da so ausspielen lässt, ne? Das ist echt der Wahnsinn, ey. Ich bleib jetzt hinten. Ich bleib jetzt hinten. Ich bleib jetzt hinten. Mach nur alleine davon. Ja, ich sollte jetzt. Bleib da hinten stehen, bitte. Ja, und er muss. Mugga, warum fährst du vorbei? Alter, guck dir mal an. Ja, er wartet halt, bis man kommt, ne? Ja, so eine Bälle kriege ich ja nicht, dass ich da warten kann. Wie denn auch, wenn du da hinten rumstehst? Wie willst du denn die auch kriegen? Sag du mir nicht, wie ich das zu spielen hab. Hier, Manne. Was? Kling dir mal an. Was? Was? Warum packst du sowas nicht? Warum packst du sowas nicht? Und? 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 Scheiße. Da musst du Muggi noch kommen hier. Ja, komm, jetzt mach. Ja, tolle Wurst. Ja, und jetzt? Wo bist du? Wo bist du? Fallrückzieher, hast du gesehen, Junge? Punkt, den ich krieg. Bam, gerettet, alle. Ohne, ich fäng geil hier noch. Aber schubsen können sie auch. Oh, ich bin da nicht. Der ist wohl schon mal kaputt gegangen. Alter, was ist doch nicht euer Ernst? Ja, ich muss schubsen. Ach so, das ist scheiße. Weißt du, wir haben jetzt mit Nerds zu tun. Die den ganzen Tag nichts anderes spielen. Was spielt ihr noch außer Rocket League? Na ja, Pflanzen, das ist Zombies und dies und das. Ja, ja, dies und Gas. Ja, genau, solche Kinderspiele, typisch. Ja, und? Ja, klar, ja. Also, ich bin vorbeigesprungen. Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Der andere steht da schon, manne. Ja, ja, ich kämpf dir. Ja, ja, der wartet. Mach das, ich mach das. Glaube ich dir irgendwie nicht. Ich kann mir das nicht mit angucken, Alter, echt. Nee, ich auch nicht. Hoppala. Gott sei Dank verfehlt. Ja, zock ich von dir war ja wohl nix, oder was? So, Manni, mach doch mal fünf Tore auf einen Schnarchier. Manni! Ja, ich bin da. Ach, komm. Na ja. Alter, Manni verfehlt. Ja, fickt euch alle, ey. Manni, verfehlt die einfachsten Bälle, Alter. Das kann nicht wahr sein. Mein Fernseher schaltet sich ab in 30 Sekunden. Dali, Dali, wo bist du, Dali? Ach, Mann. Das kann nicht wahr sein, nicht. Also, kann ich das Spiel auch löschen. Gott sei Dank. Halt's Maul, Manni. Du musst trainieren, du musst üben. Und nicht immer nur sagen, oh, ich schieße kein Tor, das Spiel ist scheiße. Ja, Mucker, mach doch was. Kima, da hüpft er daneben. Guck, ich mach was. Hast du gesehen? Schön, Fallrückzieher. Ja. Alter. Keine Ahnung, wo ich hier hinfliege. Könnt ihr mal aufhören, so die Tasten zu kloppen? Alter, das ist ja ekelhaft. Gut, da halte ich den Controller eben immer ans Mikro. Nein, mach. Ey, das ist... Manni, was machst du denn da? Ich war überhaupt nicht in der Nähe des Tores. Aber bis jetzt war noch kein richtiges, schönes Tor dabei. Nee, vor allem die von Zocki auch nicht, weißt du? Der lässt nur sein Noob spielen da. Sein Padawan lässt er spielen, weißt du? Ja, komm mal an, komm mal an. Ihr Schieter, ey. Das ist doch nicht... Ja, das ist doch nicht euer Ernst. Alter, guck mal. Alter, guck mal. Ja. Wie ist das? Ja. Alter, ihr Schieter doch alles. Nein, das ist alles korrekt. Ja, ja, ja. Ich glaub nicht. Es ist alles korrekt. Das hast du hier sehen, Muggavi. Wie ist es vorbeigesprungen? Oh, der kommt da hergesprungen! Alter, was? Ja, hast du dir so gedacht, was? Das ist doch nicht euer Ernst, oder was? Mann, dann nehmen wir noch einmal den Boost weg, noch nicht raste aus. Und was hast du davon? Was hast du davon? Oh nein, oh mein Gott, der kommt schon wieder... Kannst du mal deinen Kollegen sagen, er soll aufhören zu schreiben, da oben? Guter Schuss! Wieso? Guter Schuss, danke! Bitte! Olle Bauch, ihr Pinsel. Oh, ne F! Alter! Das ist doch nicht sein Ernst, was das ist. Kann doch nicht wahr sein. Oh! Ich bin Rocket League Spieler und lutsch die ganze Zeit die ganzen Autos in der Garage. Ja! Ach! Freut euch! Was? Ich meine, es steht ja Spaß im Vordergrund. Ja, ja, Spaß hast du mir gerade genommen, bei 10 zu 0. Wir haben gerade richtig Spaß, haben wir hier. Kann ich dir glauben. Alter, wo kommt er denn her? Als ich gegen ihn das erste Mal gespielt habe, hatte ich mir das auch gedacht. Ja, 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 das brauchst du mir deine Story nicht erzählen hier. Du selber kannst gar nichts. Er macht nur 10 Tore, ey. War klar wieder. Bin ich mal gespannt, wie ihr die 50-Euro-Karte teilt, ihr kleinen Moppen. Mann, ey, was machst du hier? Ich war euch mal ein wenig. Jetzt kommt er! So, jetzt der Anschlusstreffer. Alter, wo kommt er denn her? Ja, versau mir das noch! Versau mir das noch, Alter, das ist dein Ernst! Ja. Kann ich mehr. Mann, ey. Alter, ich bin vorbeigefacht. Was ist das, Mann, ey? Ey, den hab ich gekriegt im Standgas, Alter. Nee. Noch einen macht ihr nicht. Alter, wir, wir. Nein. Vielleicht machen wir ja sogar noch zwei. Ach. Du meinst deinen Kumpel. Ja. Du schmilzt er nicht wirklich mit. Naja, ich hab auch zwei Tore mehr auf dir. Ich bin ja mal gespannt, wie er die Rückrunde auf euren Kanal kommentiert. Ja. Ich bin ja mal gespannt. Wir sagen gar nichts mehr, ne, Mucker? Nee. In dem Arsch lecken, Alter. Ja, Mann, ey, lass ihn doch vernichten, Alter. Oh, nee. Ich hab zehn Tore gemacht. Ich heiße Mukasnade. Zwei. Weißt du, den ersten will ich gar nicht kennenlernen, Alter. Dann ist ihn auch wieder Chiff, ne? Wie nennst du dein Boot? Unsinkbar. Zwei. Unsinkbar. Okay, Jungs. Das war das Vorrundenspiel. Ähm, das zweite Spiel in unserer Gruppe. Wollt ihr euch nicht angucken. Gegen Zogging. Genau. Lasst einen Daumen nach oben da. Und das Rückspiel findet ihr unten in der Beschreibung. Wahrscheinlich sind wir raus. Aber wir versuchen immer noch die weiteren Spiele unten zu verlinken. Das heißt, ihr könnt jedes einzelne Spiel unten nachverfolgen. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Übrigens, äh, das Rückspiel gibt's auch noch, ähm, auf dem Kanal von Zogging, ne? Genau. Ganz genau. Also schaltet ein, findet ihr auch unten in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Bis dann. Bye.